Nein, da gibt es so eine Eigenschaft, da erhöht die Chance von Hackepässen, also Pässen mit der Hacke, aber auch die Ballannahme ist besser. Das habe ich jetzt ein paar Mal bemerkt, da nimmt er den Ball gar nicht mit. Ach, der war auf dich gepasst, A-Pass war das. Hätte ich verstanden, wenn ich Y gespielt hätte. Hat der andere bestimmt Fokus gekriegt. Hm. Ja, dann. Wohin? Da, ich probier auf dich. Weg. Ne, nicht weg. Nicht weg. Ach Scheiße. Hab wieder auf dich gespielt. Hab wieder auf dich gespielt. Hab auf dich gespielt. Ne, wenn der beim Bot ankommt, dann bin ich da durch. Das war richtig. Boah, wo ist denn der in den Ball? Ja. 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 So darf er. So darf er. nochmal drücken. Aber nicht zu schnell. Das sollt, das sollt dann hoch spielen dann. Freistoß. Dann stehe ich wieder ganz woanders wahrscheinlich, ha? Ja. Oder immer. Das lässt dann. Ja, dadurch, dass wir zwei Stürmer haben, passiert eben der Blödsinn dann. also zwei Botzeilsstürmer, die stehen vorne und dann kommen die Bässe nicht an. Jawohl. Hab gar nicht gefordert. Mhm. War nice vom Bot. Ne, die spielen eh, wenn du richtig läufst. Außer es fordert einer schießen. Ja. Ja, oder. Ja. Mhm. Ja. 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 Und das macht nicht! Und das macht nichts. und durch der sollte eigentlich zurückkommen ich meine, war eh nicht schlecht wenn dich der nicht blockt, hat er eine hammer unten kein Fall das kann ich auch, kein Fall nevon 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 Jawoll. Und das auch noch. Die Bässe sollten eigentlich alle immer auf dich kommen, die ich da spiele. Ich weiß schon. Wenn der Bot besser steht, dann spiele ich den an. Ja ne, aber du bist ja super gestanden, also gelaufen, aber der geht immer am Bot. Warum wieder ich? Ja, ich bin rein. Zu früh, RT losgelassen. Bewege den rechten Stick, dass er nicht schießt, gleich. Oh nein. Macht nichts. Ecke. Rot haben die sogar gekriegt. Ja. Lauf auf mich zu und dann lauf am kurzen Fünfer. Kommt. Unten. Ja. 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 gonna rein. Kommt schon. Den hätte er mit Schicker Schlenzer wahrscheinlich auch mitgenommen, den Ball. Schöne Wertung hast du. Wieso? Weil wir dieselbe haben. 6,9. Mein Bäuer ist das. 100% Schüsse. Aber du hast auch 100% Pässe. Echt? Ja. Wenn er bei mir noch rechnen würde, ich habe 81% Pässe. Wenn er bei mir rechnen würde, die, die zum Falschen angegangen sind, dann hätte ich wahrscheinlich 12% Pässe. 12% 30% Pätsch. 45% Pässe. Sich dasним. 4% Pässe. 10% Pässe. 6% Pässe. 5% Pässe. 5% Pätsch. 5% Pässe. 7% Pässe. Zauber. Ich bin unten. Das hat der Botte jetzt wieder nicht gehört. Das ist ein lauter Regen. Dann ruft wieder irgendein Nachbar die Polizei. Ich denke, ich bin im Keller eingesperrt. Das ist ein bisschen. Ach. Ich sehe mich sehen. Ja. Die passieren mir aber auch klar. Das sind die schicken Schlenzer. Wenn man die nicht anhat. Ah, nee. Okay. Genau. Genau. Hätte er noch einen Schritt nach links gemacht. Und jetzt? Ja. 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 Gott sei Dank hat er es nicht genommen. Ja. Sehe ich nicht. Also da wird ja ein Namen jetzt aufleuchten. Also leuchten wird es nicht. Aber auf scheinen. Scheinen wird es auch nicht. Ja. Da aussehen nichts im Moment bei denen. Ja. Bring den Ball wieder nicht bis zu mir. Hätte ich gleich geschickt. Abgefälscht von einem. Das war Absicht. Ja, denen geht es auch nicht viel besser als uns. Mit den komischen Bällen. Nichts kommt da an. Ich stehe da mal hinten dabei. Und mein eigener Bot den Ball weg. Okay. Weil er, der wollte mich freuen, hast du das gesehen, der hat mir zweimal das Bein stehen lassen, der Lange da. Weil ich ihm den Raum zugemacht habe. Hat ihn zumindest rausgebracht aus seinem Plan. Ja, der ist ein bisschen müßeliger. Die Rote Karte hat uns vielleicht auch geholfen. Wer war das? Ziori. Sechs Spiele für sechs Punkte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.